Das wird wohl unsere Unterkunft für die Nacht. Toll. Verdammter Wind. Clarence? Die örtlichen Behörden haben den landesweiten Notstand ausgerufen. Diese beispiellosen Stürme verwüsten weiterhin... Sheriff, ein Bus voller Häftlinge ist auf dem Weg hierher. Die wurden vom Sturm überrascht und suchen einen Ort für die Nacht. Ich will, dass ihr euch benehmt, während wir hier sind. Ich stelle ein paar Dinge klar. Sie sind in meinem Haus, ja? Ich würde nicht zögern, sie zu erschießen, wenn es sein muss. Hey, findet ihr nicht, dass dieses Loch ziemlich gruselig und scheiße ist? Hören Sie das? Verraten Sie mir, wie ein Alligator in Ihren verdammten Knast kommt? Der Sturm hat Sie hierher gebracht. Die ganze Wache könnte schon von denen voll sein. Wenn ihr die Nacht überleben wollt, werden wir einen Weg finden müssen. Ne, halt ihn im Auge. Er ist ein gottverdammter Polizistenmörder. Wir werden alle lebendig gefressen. Er schießt das Scheiße! Schneller, schneller! Sie haben einen Schuss, Sheriff. Die sollen ja wie Hühnchen schmecken.